Es ist beeindruckend zu sehen, wie Bäuerinnen aktiv Veränderungen vorantreiben und somit einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Höfe ausüben. Ihre Begeisterung treibt zahlreiche Initiativen und Projekte an. Diese Energie und der Enthusiasmus sind ansteckend und schaffen eine positive Dynamik, die inspiriert. Die Bergbäuerinnen Südtirols stehen vor der Herausforderung, als Botschafterinnen für ihre Höfe, die Naturlandschaft und die regionalen Lebensmittel eine zentrale Rolle zu übernehmen. Sie vermitteln authentisch und überzeugend die Südtiroler Landwirtschaft und verkörpern die bäuerliche Kultur. Unser Boden und unsere Kulturlandschaft sind von unschätzbarem Wert. Es ist entscheidend, dies unseren Kindern nahezubringen und ihnen den Zugang zur Landwirtschaft sowie zu wertvollen Lebensmitteln zu ermöglichen, die Regionalität, Saisonalität, Traditionen und Bräuche bewahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017